Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum weiteren Update-Spezial von, also Quest-Spezial sag ich jetzt mal, von Star Stable und zwar geht es jetzt mit dem, mit einem Quest, äh, geht jetzt nur ein Quest, erster Platz ohne zu gewinnen von Josh, der hier das, das hier leitet, weiß auch mal, das nochmal ist. Hallo Lucia, wie gut, dass du da bist, ich kann wirklich deine Hilfe brauchen, was passiert ist, ach, jemand hat meine Trophäe gestohlen, jeder, jeder Einzelne, alle Preise, die ich während meiner gesamten Karriere gewonnen habe, sind verschwunden, du willst, dass ich dir alles genau erzähle, okay, aber so viel gibt es da gar nicht zu erzählen. Als ich heute Morgen hergekommen bin, war alles wie sonst, ich habe etwas sauber gemacht, den Tor bei dem Bewerb vorbereitet und ein Täschen Kaffee getroffen. Dann habe ich gewartet, bis die ersten Bewerbsungen in den Reiter kommen, ich hatte noch etwas Zeit, also habe ich beschlossen, etwas in meinem Wagen aufzuräumen, dort, wo ich alle meine Sachen habe und da ist mir auch schon, dass etwas nicht stimmte. Jemand war hier und hat eine ordentliche Unordnung hinterlassen, aber erst als ich aufgeräumt habe, merkte ich, dass alle Monotrophäen weg sind. Der Dieb war schon längst über alle Berge, ich habe keine Ahnung, wie das gewesen sein könnte, der Einzige, das Einzige, das Einzige, das ich weiß, dass er oder sie das Verbrechen in der Nacht begangen haben muss. Ich habe schließlich noch am Abend in den Wagen geschaut und es war alles okay. Ob ich eine andere Spur gesehen habe? Nee, aber ich habe auch nicht so genau geschaut. Warte, was ist denn hier auf dem Boden? Er sieht aus wie ein Schuhabdruck im Sand, das ist vielleicht ein super Spurluchier. Du wirst dir folgen, sagst du? Okay, viel Erfolg, ich hoffe, du findest den Dieb. Und dann, wenn du sie schaffst, wirst du? Ja, ich habe einen Schuhabdruck. Du wirst, du wirst du in der Garten. Und dann, wenn du sie versuchst, wirst du? Oh man, warum auskriegen die jetzt? Jetzt hab ich Schluck auf. Es gab keine weiteren Spuren mehr? Hache. Da kann man wohl nichts machen. Wie? Du hast einen Stoff. Stoff? Stück gefunden, das vielleicht von den Kleidern des Diebes stammen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Lucia, ich weiß nicht, was wir mit diesem Stoffstück hier machen sollen. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, aber das mit Mysterien und Dieben, das ist nicht so meine Sache. Rims ist besser mit zu Jenna. Sie ist sehr clever und wenn ihr euch zusammentut, dann findet ihr vielleicht diejenige, der mehr Trophäen gestohlen hat. Der meine Trophäen gestohlen hat. Sei so lieb. Danke du dir. Auf dich kann man sich verlassen. Meine Trophäen sind mein Ein und Alles. Ich wäre dir unendlich dankbar, wenn ich sie wieder zurückbekomme. Viel Erfolg. Ich weiß auch schon, wer das ist. Hier ist grünes Stoff. Wer trägt als Einzelster hier in Roland grünen Stoff? Genau, d'accord. Der hat schon wieder ein Trophäen geklaut. Ich denke doch, damals... Ich weiß nicht, was er mit einem Trophäen geklaut hat. Müssen wir mal nachschauen. Hallo Lucia, wie geht's? Was sagst du da? Jemand hat George's Trophäen gestohlen? Hm, also gibt es da einen Dieb hier in Roland? Ich hatte seit einiger Zeit so einen Verdacht, also ist das keine Überraschung. Ich weiß nur nicht, wie wir herausfinden sollen, wer der Dieb ist. Wenn du ein paar Hinweise findest, dann komm zurück und erzähl mir das wieder. Äh. Hallo? Ich hatte da gerade noch so einen Hinweis. Was mache ich jetzt? Äh. Okay. Jetzt hat er doch gerade noch ein Stück grünes Stoff. Wo ist denn das hin? Das ist nicht weiß genug. Müsste er dann, wenn ich das genau richtig hier runter brauchen soll. Und dann hier. Ich reite das jetzt mal gerade rasch nach, ob ich hier irgendwie so was noch in der Früh oder so finde. Aber den grünen Stoff kann ich mir nämlich schon denken, wer das ist. Aber dass er jetzt so ein Ende genommen hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Hmm. Hmm. Achso, was noch ist, es hat ein neuer Meistershop in Moorland aufgemacht, denn da wollte ich jetzt auch noch mal mit euch hingehen, mir die Sachen dort anzupuffen und irgendwie... Ich finde das jetzt komisch, dass ich hier gar nichts finde, was... Oh, ich hab ne flette Klinge manchmal! Krass, ist die fette. Ist die fette und egelhaft. Ich hab ne flette Klinge manchmal. Ist das der? Ja. Blauer Profi-Pulli. Schwarze Profi-Hose. Braune Profi-Stiefel. Schwarzer Profi-Helm. Graue Profi-Handschuhe. Gemusterte Sprungpullover. Gemusterte weißes T-Shirt. Braune Freiluft. Halt die Klappe jetzt! Du störst. Wespen-Handschuhe. Rustiger. Start. Stahlpullover. Braune Stahlhose. Ober- und schwarzer Stahlhelm. Ja, ich weiß jetzt nicht warum das hier auf einmal so auf Druck zu Ende gegangen ist. Aber ist mir halt recht. Und dann sag ich jetzt mal hierzu auf Wiedersehen und dann sehen wir uns bald. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren, äh, ich sag mal wieder Update. Quest Spezial und jetzt geht's mit Frau Hauswerf weiter. Geh aus dem Weg. Hallo Lucia. Warum bist du sauer dran? Ja, du, jemand hat meinen frisch gebackenen Kuchen gestohlen. Also so etwas habe ich noch nicht erlebt. Das war sicher diese Tan oder ihre Freundin Loretta. Warum ich das glaube? Ja, vor ein paar Tagen war Tan hier und fragte mich, ob sie nicht ein Stück Kuchen haben könnte. Ich sagte, dass sie gerne ein Stück haben kann und habe sie gebeten, ob sie vorher nicht diese Post für mich holen kann. Ich bin doch auch nicht mehr die Schnellste heutzutage. Kannst du dir vorstellen, was sie da gemacht hat? Sie hat die Nase gerümpft und gesagt, dass sie den ganzen Kuchen haben will und ich froh sein sollte, wenn überhaupt jemand meinen furchtbaren Kuchen essen möchte. Da habe ich den Besen genommen und dieses freche Mädchen verjagt. Schneller als der Blitz waren sie wieder beim Mordernstall. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so fair, Lucia, und normalerweise werde ich nicht so schnell ärgerlich. Kannst du zu Tan reiten und fragen, ob sie meinen Kuchen gestohlen hat? Ach, danke, Lucia, das ist sehr lieb von dir. Wenn ich sie frage, rege ich mich nur wieder auf und das möchte ich lieber vermeiden. Danke für deine Hilfe, Lucia. Ich frage Tan, ob sie den Kuchen von Frau Horst war. Ähm... Eigentlich ist Tan ja eine Liebe, so wie ich den Eindruck hatte. Nur Loretta ist halt so... Wie sieht das auf dem Entschluss aus? Wie, Kuchen? Also ich habe sicher keinen Kuchen von der alten Oma gestohlen. Niemand mag ihren Kuchen, der ist super öklig. Mama... Ich bin kein Dieb... Ich bin kein Dieb, ich schwöre. Da will mir jemand eins auswischen. Sicher, Loretta? Warum ich glaube, dass es Loretta ist? Naja, also vor ein paar Tagen habe ich mal eine super coole Uhr bekommen. Die ich bei J.B. gekauft habe. Super cool. Du verstehst, oder? Natürlich wurde Loretta eifersüchtig. Eifersüchtig, genau wie ich es nie gedacht habe. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass sie so tief sinken würde und die Uhr von mir stiehlt. Sie will es nicht mal zugeben. Echt mies. Und jetzt hat sie auch noch den Kuchen von Frau Hofsruhe aufgestohlen. Nur weil sie eifersüchtig auch nicht ist. Du sprichst mit Loretta, sagst du? Okay, viel Glück. Oder wie auch immer. Sag ihr, dass ich meine Uhr wiederhaben will. Ansonsten sind wir die längste Zeit Freundinnen und Freunde gewesen. Was dann behauptet sich, sei ein Dieb? Ich habe überhaupt nichts genommen. Weder diesen ekligen Kuchen, noch diese hässliche Uhr. Das ist wieder mal typisch. Tan verliert ihre hässliche Uhr und dann verdächtigt sie mich. Warum sollte ich eine so billige hässliche Uhr haben wollen? Wenn ich so ein grauenvolles Teil tragen würde, könnte ich mich ja nicht mehr mehr nach draußen trauen. Also ich weiß es nicht, was mit der los ist. Und ich habe auch keinen Kuchen gestohlen. Es war schließlich Tan, die ein Stück von Frau Hofsruhe Kuchen haben wollte. Sie findet den Kuchen nämlich Urgut, aber sie traut es sich nicht zu sagen. Aber weil sie nichts bekommen hat, sagt sie nun, dass er eklig sei. Ha, kapierst du? Tan ist zu irre. Jetzt bekommt sie auf alle Fälle keinen Kuchen mehr von Frau Hofsruhe. Wer dann die Uhr gestohlen hat, ach, keine Ahnung. Du musst aber auf jeden Fall Jenna sagen, dass ich es nicht war. Im Ernst, Tan erzählt ansonsten allen, dass ich ein Dieb bin. Und das kann ich echt nicht gebrauchen. Alle kennen Jenna. Und wenn sie sagt, dass ich unschuldig bin, dann glauben die Leute ihr das auch. Sagst du jetzt hier bitte, Lucia? Danke, Lucia. Super. Jetzt habe ich das auch verstanden. Diese drei Quests, die hängen zusammen. Ha, die hängen zusammen, die drei Quests. Warte, Jenna. Jenna. Hallo, Lucia. Wie kann ich dir helfen? Loretta lasst ausrichten, dass sie weder Frau Hofsruhe aus Kuchen noch Tanzuhr gestohlen hat. Ich wusste nicht mal, dass die Sachen verschwunden waren. Wirklich seltsam. Findest du es nicht auch, Lucia? Da gilt etwas Vorsicht, das mir gar nicht gefällt. Lucia kommt zurück, wenn du noch mehr von seltsamen Dingen hier in Moorland erfährst. So, da ich jetzt weiß, dass die drei Quests zusammenhängen, werde ich die auch zusammenschneiden. Dann wird da wahrscheinlich nochmal ein Hallo kommen. Aber wenn ihr das weiterguckt, dann wisst ihr ja, was hier los ist. Jetzt gehe ich nämlich noch zu dem Schmied und höre mir an, was der mit seinem Hammer da zu tun hat. Komm, ey, mal gucken. Guten Tag, Lucia. Ich habe im Moment leider keine Zeit, mit dir zu reden. Weißt du, ich habe Jenna versprochen, die meisterliche Blumenkiste für sie von der Sonnenuntergang fertig zu schmieden. Und ich bin bereits verspätet. Dieser Hammer hier ist nicht das richtige Wertzeug für diese Blumenkiste, wenn diese Kiste die beste Hausdienst auf der Welt werden soll. Dann darf es hier keine Kompromisse geben. Ich brauche meinen kleinsten Hammer. Warum ich verspätet bin, Lucia, wenn du meinen kleinsten Hammer für mich holst, kannst, dann werde ich es dir erzählen. Danke, ich habe mir eine kleine Pause verdient. Also lass mich zuerst von diesem seltsamen Ereignis erzählen, dass es an meiner Verspätung schuld ist. Es war heute Morgen, als ich mit dem täglichen Schmiedearbeiten anfangen wollte. Da sah ich einen komischen Mann auf die Schmiede zukommen. Er hatte eine Kapuze über dem Gesicht und dunkle Sonnenbrille auf der Nase. Es war ein sehr heller Tag und dicke Wolken lagen über dem Himmel. Also kam mir das etwas seltsam vor. Na gut, er wirkte etwas verloren und fragte nicht nach dem Weg nach Selma glätt. Ich erklärte ihm, dass es nur dem Weg den Hügel entlang folgen musste und dann bei der Kreuzung nach links. Er sah verwundert aus und sagte, dass er nichts verstanden habe. Also ein Schwermut überkam, nicht so schlecht kann meine Beschreibung doch nicht gewesen sein. Na gut, soll mal einer sagen, dass Konrad Maaßen keine ordentlichen Wegbeschreibungen liefern kann? Also habe ich beschlossen, ihm die beste aller Wegbeschreibungen zu geben. Ich habe ausführlich erklärt, wie er gehen muss. Ich habe auf das Schloss gezeigt und gleich, dessen ganze Geschichte erzählt, damit er dieses wichtige Gebäude nicht vergisst. Damit er wirklich versteht, warum es geht, habe ich sicher die ganze Geschichte des Silverglades miterzählt. Boah, ich habe keinen Bock drauf, ne? Angefangen bei John Jarl. Das hat mich den ganzen Vormittag gekostet, aber diese Wegbeschreibung war die deutlichste, die jemals jemand von mir bekommen hat. Als ich mich umdrehte, um zu fragen, ob er noch etwas wissen wollte, war er schon verschwunden. Ich nehme an, dass meine Wegbeschreibung so vollendet war, dass keine weitere Erklärung notwendig war. Nun gut, na gut, meine Ehe war wieder hergestellt und der Mann war offensichtlich auch zufrieden, also habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Also verstehe ich aber, warum ich aus guten Gründen verspätet war. Nun habe ich lange genug passiert, Lucia, du hast, hast du meinen kleinsten Haar geholt? Er liegt dort hin, wie neben der Schmiede. Wo er wahrscheinlich nicht liegt. Hm. Und du hast den Hammer nicht gefunden? Hast du genau nachgesehen? Auf dem Tisch oder vielleicht da drunter? Du hast nichts gefunden, sagst du? Merkwürdig, ich habe mein ganzes Leben lang noch nie ein Werkzeug verloren. Spielt mir ein Gericht nach auf meinen alten Tagen unmöglich einen Streich? Ich bin ein alter Mann geworden, am Ende seiner beruflichen Laufbahn. Hm. Lucia, das ist einer der schlimmsten Tage in meinem ganzen Leben. Ich kann zum ersten Mal eine Bestellung nicht innerhalb der vereinbarten Zeit abliefern. Könntest du Jenner diesen fürchterlichen Nacht übermitteln, dass ihre Blumentiste heute noch nicht mehr fertig werden? Danke, Lucia, du musst mich entschuldigen. Ich muss nur nach meinem Hammer suchen. Richte Jenner aus, dass ich nicht eher ruhen werde, bis ich die Blumentiste fertig habe. Das schwöre ich hoch und heilig. Erzähle Jenner, was passiert ist und bitte sie in meinem Namen um Entschuldigung, auch wenn ich weiß, dass sich diese Schande nie wieder gut machen lässt. So, nun muss ich mir überlegen, wie mein Leben weitergehen soll. Ich habe ja noch nicht mal einen Nachfolger für meine Schmiede gefunden. Ach, das ist wirklich ein schwarzer Tag in meinem Leben. Halt die Klappe jetzt! Meine Blumenkisten werden später geliefert. Welche Blumenkisten? Ja, genau! Ich habe Konrad gebeten, ein paar Blumenkisten für mich herzustellen. Das habe ich fast vergessen. Naja, das macht nichts. Wenn sie etwas später kommen. Gab es einen Grund, warum Konrad nicht rechtzeitig mit den Blumenkisten fertig wurde? Er hat einen mysteriösen Mann den Weg nach Silberglied erklärt und konnte danach seinen Hammer nicht mehr finden. Ist aber seltsam. Ich glaube nicht, dass das dann ein Zufall ist, Lucia. Etwas komisches geht hier in Moorland. Vorsicht! Wenn du noch mehr von solchen seltsamen Vorfällen hörst, dann erzähl... Äh... Achso. Lucia, ich glaube ein Diebtreiz in Unwesen in Moorland. Konrads Hammer, Joss Trophäensammlung, Tanzuhr und Frau Hausbaus Kuchen. Alles auf mysteriöse Weise verschwunden. Das kann einfach kein Zufall sein. Meinst du nicht auch? Hm. Etwas in der Erzählung könnte uns verraten, wer der Dieb ist. Das habe ich so im Gefühl. Weißt du noch, was sie gesagt haben? Konrad meinte, dass er Besuch von einem seltsamen Mann bekommen hat. Das muss der Dieb gewesen sein. Leider meinte Konrad auch, dass er die Diebe in der Kapuze und eine dunkle Sonnenbrille hatte. Also konnte er nicht sehen, wie der Schucke aussah. Dann haben wir das grüne Stoffstück, das du hinten bei Josh gefunden hast. Das stammt sicher von der Erklärung des Diebes. Was meinst du? Ein Dieb, der den Tatort verlässt, möchte so schnell wie möglich davon kommen. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn er dabei mit seinem Kleinen am Zaun hängen bleibt. Tan hat nicht erzählt, wie er so verschwunden ist, aber ich frage mich, ob es nicht der Dieb war, der den Kuchen vom Vorauslauf genommen hat. Der ist zwar nicht wertvoll, aber selbst ein Dieb hat man gemacht. Er wird wohl den Duft ihres wunderbaren Apfelguckens gerochen haben. Es gibt einen wichtigen Hinweis im Vorauslaufs Geschichte, das weiß ich. Lucia, wir werden uns ein bisschen den Kopf zerbrechen, um dir das Reste zu lösen. Komm schon, wir schauen mal, ob wir auf etwas drauf kommen. Lucia, ich glaube, dass die Erzählung der Zeugen Hinweise liefern können, wer der Dieb ist. Hilf mir zu erinnern, was sie gesagt haben. Wessen Erzählung sollen wir als erstes durchgehen? Nehmen wir erstmal Josh. Lucia hat das Stöpfstück, das du bei Josh gefunden hast. Das muss doch von der Kleidungsdiebe. Welche Farbe hatte sie? Grün. Ja, genau, das Stöpfstück war grün. Das bedeutet wohl, dass der Dieb grüne Kleidung anhatte. Gut, dass du dich erinnern konntest, Lucia. Lucia, ich glaube, dass bla 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 bla. Konrad Marzen. Der Schmied hat zwar nicht die Geschichte des Diebes, dieses Gesicht des Diebes in, aber das spielt vielleicht keine so große Rolle. Konrad hat uns trotzdem einen wichtigen Hinweis gegeben. Erinnerst du dich, wie der Schurke ausgesehen hat, Lucia? Kapuze und Sonnenbrille. Exakt, der Dieb hatte eine Kapuze auf und dunkle Sonnenbrille. Du hast wirklich ein gutes Gedicht, das du hier ausgezeichnet hast. Lucia, ich glaube, dass die Erzählung der bla 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 ist Frau Hauswurst. Ich glaube, der Dieb war hungrig und wurde vom Duft von Frau Hauswurst Kuchen aus seinem Versteck gelockt. Die Versuchung war einfach zu groß für ihn. Der Wind bläst ja oft in Richtung Meer. Was wäre da also ein logischer Versteck für den Dieb? Der Strand, genau. Was ich mir auch gedacht habe. Der Strand liegt schließlich genau zwischen Frau Hauswurst Haus und dem Meer. Also muss sich der Dieb dort auch gehalten haben. Ha, ich glaube, wir haben es, Lucia. Nun wissen wir, wer der Typ ist. Mama, was ist das? Ha, so muss es sein. Das ist jetzt ganz logisch, wenn man darüber nachdenkt. Oh, Mama. Lucia, du weißt jetzt auch, woher der Dieb kommt, was? Genau, von Dark Horse Lager unten beim Strand. Strand, es muss einer dieser Schurken sein, die sich da unten herumtreiben. Sie tragen grüne Mäntel mit Kapuzen, sie tragen immer dunkle Sonnenbrille und wenn der Wind weht, können alle den wunderbaren Duft von Frau Hauswurst Affelkuchen riechen. Lucia, alles deutet darauf hin, dass der Dieb einer von diesen Dark Core Gaunern ist. Nun müssen wir herausfinden, wer es ist. Man kann sie ja kaum auseinanderhalten. Sie sehen ja alle gleich aus. Was wollen wir tun? Es gibt wohl keinen sicheren Plan, aber das Beste ist wohl, wenn wir es so machen. Lucia, du reist zum Dark Core Lager am Strand und siehst nach, ob du noch mehr Hinweise findest. Wenn dich jemand daran hindern will, sag, dass wir die Polizei rufen, wenn sie uns nicht helfen wollen. Warum wir nicht gleich die Polizei rufen? Tja, ich glaube, man hat die Polizei auch keine Chance, den Dieb zu fassen. Lucia, bis sie da sind, ist er schon längst über alle Berge. Wir müssen die Sache selbst in ihr annehmen, so schnell wie möglich. Reist zum Strand, Lucia. Viel Erfolg. Rauch geht's. Kann ich aber von Anfang an sagen können, weil das sind die einzigen Leute, die Grün in Moorland tragen, ist nämlich die Dark Core Leute und Sonnenbrille. Kann vielleicht sein, dass ich die Grün in Moorland ein bisschen beim Leben überschlage. Sympathischer Gehre. Du suchst nach einem Dieb, hier gibt es keine Diebe, Dark Core toleriert kein Gesetzesbruch. Zumindest nicht, wenn er entdeckt wird. Ähm, vergiss, was ich gesagt habe. Und jetzt schau, was, dass du wegkommst. Was, jemand von uns hier soll ein Dieb sein? Pass auf, du Göre, wenn du nicht sofort abhaust, dann rufe ich die Bullen und zeige dich wegen Hausfriedensbruch an. Ach, was sagst du jetzt? Du willst die Bullen rufen? Ähm, okay, vergiss das, wir brauchen die Bullen hier nicht. Wir können das wohl unter uns ausmachen, oder? Was willst du eigentlich? Sagt jemand, hat eine Menge Kranke den Moorland mitgehen lassen und alles deutet darauf hin, dass es einer von uns war? Ich verstehe, aber es hört sich nicht so an, als ob du Beweise hättest. Ha, Fingerabdrücke, Bilder von einer Überwachungskamera, gar keine Beweise sagst du? Schade, echt schade. Weißt du was, ich werde der Sache mal nachgehen. Du hast vielleicht recht mit dem, was du sagst. Aber das ist eine interne Angelegenheit, das geht dich nichts an. Also danke für deine Hilfe, aber ab sofort übernehme ich. Du kannst dich wieder um dein Pferdchen kümmern, schön, nicht wahr? Also, mach schon, dass du verschwindest. Ist das schon gerade eine Schocke? Ich brauche ja, ich brauche ja. Aber ich brauche ja, du hast ja nichts überwappnet, um nach mir auszufinden. Äh... Komm, du musst mal ein bisschen spielen. Ich. Sorry. Bla 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 bla, das hatten wir ja schon. Ja, aber müssen die Füße hinterherlaufen? Ja, super. Immer mal gespannt. Ja, super. Als ob ich mich umschauen würde, ist ja krass. Das ist ein Aerofisch, ein Aerofisch, ein Aerofisch, ein Aerofisch. Ein Aerofisch, ein Aerofisch. Ein Aerofisch, ein Aerofisch. Ein Aerofisch. Ein Aerofisch. Du bist immer so kräftig. Das ist eine gute Idee. Komm, ich bin jetzt da. Okay, ich muss vertrauen. Ich glaube, er hält. Oh. Oh. Hallo. Hast du das gehört? Nö. Hast du das gehört? Naja. Es sieht so aus, als ob du es tatsächlich einen Dieb hier im Dark Chorlager gibt. Du hattest recht. Ich könnte etwas Hilfe brauchen, um ihn zu erwischen. Du bist daran interessiert? Gut. Ich habe einen Tipp bekommen, dass es morgen wieder zuschlagen soll. Komm morgen wieder, dann habe ich mehr Informationen von meinen geheimen Quellen. Was der genug macht. Gut. Dann habe ich jetzt zwei Quests, die bis morgen warten müssen. Okay. So. Dann sehen wir uns wieder. Und ich komme wahrscheinlich ein kleiner Cut rein mit Entschuldigungen und so. Und dann sehen wir uns dann wieder. Ciao, ciao.